Ich bin kein toller Kommissar aus dem tollen Wissen, der den Helden spülen will. Das ist jetzt hier ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wissen Sie, warum Ihre Tüchter weg wurden? Meine Mädchen wollten nicht von der Welt. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo wollten sie hin? Einfach weg. Was passiert da? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir nicht gekippt. Weiß deine Mutter, was du da treibst? So, jetzt macht eure Maul aus. Du weißt nichts. Gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ihre eigenen Kinder zu beerdigen. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Aber verlieren Sie das nicht. Sie wird es brauchen, wenn sie zurückkommt. Ich bin nicht so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020